Ich nimm mal drauf. Wir sind im Florinensektor. Ja, bei der Kirche. In der Kirche. Genau. Ja, aber ich muss den suchen. Ich find den nie. Da unten ist er. Da findest du dann. Na, steh auf. Geh auf bei da. Ich bin so richtig sch-sch-sch-sch-scheiße. Das ist richtig. Ich hau daneben. Da bin ich miserabel mit dem Schwert. Mit dem Feil. Wer? Muss man den kannst nicht mehr lassen, gell? Geh weg. Geh rein. Geh rein, bring den Boss um. Haben wir schon. Und dann geht's wieder raus. Der Boss ist wieder weg. Und dann geht's schon. Jetzt hab ich, danke. Ich hab nichts gekriegt. Ich hab auch nur 2145 Klima gekriegt, sonst nix. Ich hab nicht, aber ich kann nicht einmal die Kiste öffnen. Ja, weil du scheiße bist. Ja, weil ihr vorgerascht seid. Wir sind ganz normal gegangen. Vielleicht hast du das ja schon gefixt. Fix, Alter. Der Pledge. Das ist sicher gefixt. Fix, Alter. Upsi. Was mach ich eigentlich? Wieso? Wir gehen... Mach schnellreisen. Wir gehen eigentlich... Nein. Passt eh. I am in the kitchen... Äh, in the Kirche. In the Kirche. Links geben wir... The Church. The Church. The Church. Church it out now. Ah ja, da ist ja der nächste. Nein, da... Also, was mir der Dings gesagt hat, du machst immer nur den einen. Ja. Du kannst die drei auch hintereinander machen, ist nicht so tragisch. Wenn ihr nicht aufhört zum Rushen, oder? Neues Zaun. Grisou, bleib stehen einmal. Oder mach das alleine. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich... Ich lauf ja nur so schnell, weil ich das kann. Endlich einmal. Ja, bringt aber nichts, wenn du trotzdem scheiße springen kannst. Danke. Haha. Ja, was ist das für ein Scheiß? Ganz ehrlich. Was bist du für eine Pussy? Das sind Level 3 Gegner. Level 3. Hey, Bolz-Zug abgeschlossen. Turbinator. Finisher? Hab ich schon. Ich hab den Boss hier finisht, ne? Kiste. Wow. 1750 Klima. Leco mio grande. Das macht er eigentlich eh, glaub ich, nur wegen den XPs. Ja. Auch nur, deswegen. Und wie gesagt, was ich... Ich hab nur das gestern mit dem Old Fox, wenn ich gespielt hab. Du musst schauen, dass die mit der... Wenn's den Gegner... Wenn die zwei... ...geilige Gegner, also die... ...die... ...die anderen, die rumschweben, mit der Supermair machst... ...dann lassen sie so eine Kugel fallen, ein violettes. Was ist das? Achso, wir müssen wieder zurück. Ja, und das bringt das violette Kugel. Aber warte. Aber geh mir gut, schauen wir mal, ob du da irgendwas siehst. Ah, schwere Ammo. Wo soll ich denn jetzt schon wieder was sehen? Gibt's denn eines? Da! Siehst du da irgendwas, was aufsammeln kannst? Ja, da war ein Teil vom gefallenen Transponder. Nö. Ich weiß nicht, ob's jetzt noch... Na, dann haben wir den Faker genommen. Gibt's ja, glaub ich nicht mehr. Warte. Was? Ich komm, ist es weg hier eh. Ich seh's nicht mehr. Siehst du's nicht mehr? Ja, ist weg. Ist weg. Ist weg. Futsch! Ja, schade. Jetzt kannst du's nämlich kaufen wahrscheinlich, die Waffe. Jetzt wahrscheinlich schon. Nö. Jetzt kannst du alles kaufen. Braun. Braun? Waffen. Ja. Kannst du auch kaufen. Warum sollte ich scheiß Waffen kaufen? Wieso Affen? Waffen hab ich gehört. Du hast doch Waffen. Nein, Frauen. Achso, Frauen. So, im nächsten Sektor. Nein. Nein, ich hab mich gerade nicht verlaufen. Ich hab dich ja, oder? Nein, nicht? Wo renst du hin? Ach, der ist immer so vorherig. Bitte. Wo renst du hin, du vorheriger? Ja. Hahaha. Ach Mist. Angry ist in der Nähe. Angry Smile. Angry Birds. Und da war auch was. Hast du da... So, das ist ja mein... Sonne, Mann. So. Hö, 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 hö. Du hast nämlich auch was aufheben können, glaub ich, oder? War das nicht da? Seid bitte auf, wenn wir die Gegend zum Weg nehmen. Ah, Terminator. Hab schon auch schon bestanden. Na bitte. Ups. Er erwischt. Oh, oh. Finish him. Ach, nee. Ah, das sind vergeben. Uh. Thank you. Das ist wahr, Schleicher. Ja. Ich will aber mit dem Ding nicht spielen, da. Mit wem? Ach so, hast du ihn in die Lehre ausgerüstet. Ja, ja. Warum? Weiß ich nicht, weil das eine Quest war. Ach so. Versteh ich. Irgendwas sollst du irgendwas machen. Ja, ja. Alles klar. Ich bin out of map, out of map. Ah, schade. Nein, bin ich nicht. Oh ja, ich hab plötzlich out of map gemacht. So. Wo gehen wir jetzt hin? Wieder zurück in die Kirche, oder? Ja, schade. Not. Wie kommen wir überhaupt raus? Ach so, dort wo wir reingekommen sind. Gibt's keinen anderen Weg. Na gut. In and out. Inside, inside out. Inside, inside, upside down. Ich hab, ich hab die ganze Zeit Probleme gehabt mit dem Spiel. Nein. Ich hab auch, ich hab die ganze Zeit 99% Auslastung gehabt, GPU. Muss ich ja was. Als ich meine Frames dann gelockt habe. Bei 60. Jetzt würde ich das Spiel gerade urscheiße an. Auf welchen gehen wir denn? Ja, zurück zum Anfang. Ja, machen wir den in der Kirche, hast recht. Ach, da war gerade einer anscheinend. Ja, das ist wurscht. Du bist wurscht. Inside, inside, inside out. Inside, inside, upside down. Upside, upside down. So... Hello! My name is. Jägermeister. Marvin Jonathan Welcome. I name's Marvin. You ryzen Toast? A-itzamón. A-itzamón, A-itzamón. F- techniques unit zero F-th is happening, located yeah? D comments, v-th… Nein, macht man nicht. Das ist so unhöflich. Dafür habe ich den Typen, der hinterher gerade rauskommt, ist noch gekillt mit den Nachbeben. Ach so, hast du? Hast du? Ja, ja, ja. Ich brauche auch Arcuskills. So, schauen wir mal, was ich schon erledigt habe. Erledigt, erledigt. Oh, einen Arcuskill brauche ich noch. Schnell nimmt den Benni alle Kills weg. Powerbonus plus eins. Mein Artefakt ist anscheinend in den Rang hochgesprungen. Kopfgeldjäger, Beute zu Doppelschossen. Ich bin was besonderes. Ich bin ein Kopfgeldjäger-Etizent. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Hey Marvin. Ach so, ich habe meinen Arcuskill. Die Taube hat deine Dubstepflöte gegessen. Taube, 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 Taube. Oh, mein Finisher! Ja. Geht was in Benni in Ruhe? Genau, ich bin gerade im Menü drinnen, danke schön. Ich hätte da irgendwas machen können. Auf dich ist verlass. Ja, das Dämerlicht einsammeln. Dämerlicht einsammeln. Aber nicht die Patrouille starten. Nein. Das der gesuchte Dings? Nein. Keine Patrouille starten. Nein. Keine. Tu es nicht. Tu es nicht, Johnny. Johnny Walker, Jägermeister. Jägermeister, oh yeah. Inside, inside, inside out. Upside, upside, upside down. Upside, upside down. Ich brauche Arcuskill. Ich brauche Arcuskill. Ich brauche Arcuskill. Hole mit die Arcuskill. Hole mit die Arcuskill hole mit die Arcuskill. H2, H2, BAT. Da, da. Da, da hat nichts abgerickteres. Da hat nichts abgerickteres. Ja, da weg. Weg! Doe da? Achso, die Schrotze da hinten! Wir haben ge- getradet, haben wir. Wir sind voll genug. Ja, mich, ich ihn. Bidu Bidu B? Bidu B? Bidu B? Der Tipp sagt, in der Dao, da, pam, param, 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 pa, 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 pa. I wanna buff, buff, som of the dash stuff. I wanna buff, buff. Give me the green, green stuff, I wanna buff, buff, som of the dash stuff. Give me the green, green stuff, I wanna buff, buff. Was macht Grissu eigentlich? Also, playte ich nicht hier davon? Oh, ich kann... Also, ich bin eigentlich von der DAS-Buff, hörst du es? Wait, wait... Ich hab... Ich hab eingefroren, getanzt. I wanna buff, buff, som of the dash stuff. Give me the green, green stuff, I wanna buff, buff, som of the dash stuff. Was, der hat irgendwer gesagt, nehmt keine Kills weg, alter, mag ich jetzt was anderes. Was hat's nie überhaupt? Wir waren gerade im zweiten Sektor. Wir haben an Tanzen, I wanna buff, buff, som of the dash stuff. Ich hab keine Tanzgeste drinnen. Ich bin langweilig. Ich hab eingefroren, getanzt. Ich hab eingefroren, getanzt. Ja, das hat cool ausgeschaut. Ähm... Das zeigen wir mir jetzt aber nicht, das ist unser Geheimnis. Ja... Ähm... Du weißt schon, dass du am Turm eine Tanzparty auslösen kannst, oder? Fischi? Nein! Weil mir irgendein Schlüssel fehlt mir noch, dieser Tanzparty-Schlüssel. Genau, den musst du suchen. Ja. Wirst du nicht kriegen! Denn jetzt bei mir, ihr Schlimmsel! Dann muss man hupfen wahrscheinlich, wie ich es kenne. Genau. Und jetzt vielleicht hab ich auch noch eine Waffe oder irgend sowas gekriegt. Das ist... 144... Ja... 148... Ja... 15... Mein Rang ist 145. Uh... 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 Meins, meins, meins! Alle tot! Fischi! Puta... Huwa! Puta Madre! Die Puta... Na, wie? Da hat's ja auch ein Lied geben mit Puta Madre. Ja. Stopped Porting! Stopped Porting! First I'm gonna smoke, yo mama! Hehehe... 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 Wo ist dieser Hundesohn? Da versteckt er sich! Schau wie in die Ecke gedreckt ist! Mein Buttermesser! Mein Buttermesser! Ja... Wird vielleicht, dass du mich mit dem Buttermesser abgehend sollst! Ein Gelber! Uh, noch ein Gelber! Uh, noch einer! Haha... Ich stirb gleich! Ah! Ja... Ohne schwere Munition ist das schon kacke, gell! Oh, ein Sehnenbiss! Spinn! Der sicher 1500... 1100... Strumpft dich! Meine Frau ist ein bisschen angefräst! Weil, was hast du verbracht? Bau mit dir nicht den Weihnachtsbaum auf! Ja, weil er siehst beim Weihnachtsbaum aufbauen aus Plastik! Nein, es ist wohl schwer! Es schaut wohl behindert aus! Weil... Du musst da alles reinstecken! Hahaha... Das kannst du nicht so gut! Da ist der Frau sich besser dabei! Nein! Nur weil wir zwei Kinder waren! Eigentlich wusste man alles! Mach ihm alles kaputt! Ja! Mach ihm alles kaputt! Ja! Ja! Genau! Frau kaputt! Ja! Aber wie gesagt! Die beste Meldung ist von der an von heute! Bist du schwanger? Ihr wart glaub geschwanger! Ich bin einfach... Ich bin einfach nur fett! Ich hab auch glaub geschwanger! Aber... Nein! Aber wie gesagt! Seid sie schon unten wieder? Ja! Ich bin unten! Aber ich warte! Ja! Ich brauch meine Akkuskills! Okay! Unterbunter! Unterbunter! Ich fahr immer nach links! Also ich renn immer nach links! Hab ich jetzt auch gemacht! Habt ihr das gewusst? Dass... Stärke euer... Ähm... Nachlade... Dings... Äh... Euer Miele-Attack aufladet? Habt ihr das gewusst? Mh... Auf Stärke fokussiert! Lade sich schneller dein... Dein... Deine Miele auf! Wo seid ihr? Jetzt in der Kirche oder? Nein! Ja! Wir sind beten! Sorry! Ich hab ihn... Ich hab ihn gefehlt! Hehehehe! Ach! Mein leckeres Tipo! Nein! Warte! Nein! Ja! Warte! Ich hab ihn gefehlt! Ich hab ihn gefehlt! Weihnachtsbaum! Wo? Da drüben! Wow! Der schaut aber schön aus! Jippe! Wo kam ich? Ich hab ihn gefehlt! Ja! Jippe! 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 Ich hab ihn gefehlt! Jippe! Amsel! Amsel! Ivan! Schau mal! Da ist Ivan! Der Schreckliche! Ist er weg! I wo? Ivan! Ivan! I wer? Ihm! Wiss er! I was? Ich kenn einen anderen Auszug! Der ist aber nicht jugendfrei! Ist eh wurscht! Machen wir schon jemals jugendfrei? Hä? Wo sind die? 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 Das ist er! Automatik Gewehrkalibrierung erledigt! Ich brauch eine Maschinenpistole aber ich hab irgendwie keine! Mach die wer kaputt bitte die Albtraumschweber! Wen? Die Albtraumschweber! Sie ist weg! Die Albtraumschweber! Der hat den Boss ja keiner umgebracht! Oh ja hab ich gerade! Oh! Noch ein Schwerz! Ja!